App-Umschalter AppStore aktiviert. AppStore heute Montag 27. Hier befinde ich mich jetzt im AppStore. Dort kann ich Apps laden und unter Umständen auch kaufen. Ich will jetzt hier gerne vorführen, wie es funktioniert, wenn ich eine App suche und sie mir anschließend herunterlade. Dazu gehe ich rechts unten auf den Suchen-Tabulator. Suchen. Tab 5 von 5. Dafür mal Suchen. Tab. Mache mit einem Finger einen Doppeltipp. Ich habe jetzt gerade eben mit vier Fingern in die untere Bildschirmhälfte einmal getippt und mache jetzt eben mit einem Finger einen Doppeltipp. So, jetzt springe ich mit vier Fingern in die obere Bildschirmhälfte wieder nach oben. Spiele, Apps, Stores, Abbrechen, Entdecken, Überschrift, Autospiele, Taste, Abbrech, Spiele, Apps, Stores und mehr, Suchfeld. Und habe da das Suchfeld. Da mache ich jetzt einen Doppeltipp mit einem Finger. Einfüge Marke am Ende. Und suche jetzt mal nach einer App. K, J, H, H, R, R, Zahlen. 1, 1, hr1 App, Taste. So, ich bin mit dem Finger jetzt über den Bildschirm geklitten, bis ich das gefunden hatte. Mache jetzt einen Doppeltipp mit einem Finger. Auswahl, hr1 App. Und tippe jetzt wieder etwas weiter oben auf den Bildschirm. Cover, Bild, Bild, Erwachsene, Cover, Bild, hr1 App, einfach gute Musik, vier Sterne, 65 Bewertungen, Taste. Wird mir vorgelesen. Ich wische einmal nach rechts. Laden, Taste. Und da steht Laden. Da mache ich jetzt wieder einen Doppeltipp. Laden. Hinweis, H, App Store, Überschrift. Und hier muss ich jetzt entweder mit Face ID den Kauf genehmigen oder mit Touch ID den Finger eben auflegen auf den Homebutton. Und an dieser Stelle habe ich ein iPhone, das keinen Homebutton hat. Ich brauche also Face ID. Deswegen drücke ich zweimal auf die Seitentaste, während ich in die Kamera schaue. Face ID. Fertig. App Store, hr1 App, Suchfeld. Text löschen. Tag, Tag, Up, Cover, 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 hr, Laden, 43 Prozent, Taste. Und VoiceOver verrät mir also auch, wie viel schon geladen ist von der App. Und da steht jetzt eben Öffnen. Als kleiner Tipp, immer wenn ich wissen will, was steht denn da jetzt, dann wische ich einmal nach links und wieder nach rechts, sodass der Fokus sich von dem Element runter bewegt und anschließend wieder darauf, weil dann liest er ja wieder, was dort steht. Und jetzt könnte ich einen Doppeltipp machen und dann würde sich diese hr1 App öffnen.